hier mal was ganz anderes heute machen wir einen City Ride Vlog ja erstmal müssen wir jetzt in die City rein cruisen ne ja so dann fahren wir jetzt erstmal in die City und dann geht das weiter heute soll es um das Thema gehen was so 2017 also diesem Jahr so ansteht ja als erstes haben wir so geplant boah so ein paar Filme drehen wieder also diesmal aber nicht wo wir unsere Fahrräder nur wechseln sondern schon ein bisschen was angekrustvolleres ja mein Radl das quietscht und knarrt finde ich mir schön ja wir fahren ja also 2017 stehen so ein paar Filme an Mountainbike Filme natürlich kommt dein Auto ja oh shit ja jetzt ist eng fahr auch nicht weiter ja dann wollen wir noch mit anderen Leuten mal fahren und ich will dieses Jahr in dem Bikepark Haarenkleid zum Downhill fahren mal ja mal gucken wann wir das machen also das ist wahrscheinlich in den Sommerferien ja geil Geil wow Junge Junge oh geiler BMW nice ja jetzt wer kommt ne ey jetzt wird es brutal wie soll man da lang kommen ne 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 scheiß Brembrücken ne die regne ich auch jetzt komm fahr guck hier unten war ich noch nie in dem Winkel hier so ja also wir wollen mit anderen Leuten fahren Downhill fahren möchte ich kriegen neuen Helmets übernächste Woche da krieg ich noch so ein paar Sachen ja vielleicht mal gucken Bikeporn vielleicht noch ja und halt so die ganz normalen Videos und Vlogs sind geplant mal gucken wie die ankommen also wär auf jeden Fall geil wenn sie euch gefallen jo Leute das war's auch schon mit dem kleinen Vlog wir werden hier jetzt noch ein bisschen schön ja und wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt abonniert den Kanal schreibt Verbesserungstipps in die Kommentare ja ja wir wollen hier jetzt noch vielleicht so ein paar Bilder noch machen ja abonniert uns liked das Video schreibt es in die Kommentare was Verbesserungswollig ist bis zum nächsten Vlog Ciao